Musik Ranger, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, findet das Camp leider dieses Jahr nicht statt. Aber wir planen momentan coole Aktionen und was das sein wird, das bekommen wir einfach in den nächsten paar Wochen. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz, ganz arg. Genau, und wie ihr jetzt vielleicht seht, wir sitzen gegenüber mit einem Wasserglas in der Hand. Das heißt, wir machen jetzt gleich die Flachwitz-Challenge. Das heißt, wir nehmen jetzt Wasser in den Mund und dann bekommen wir Witze vorgelesen. Und der, der am meisten lachen muss, der hat dann verloren. Ihr könnt ja vielleicht auch jetzt gleich direkt Wasser holen, in euer Mund machen und dann mal schauen, bei welchen ihr lachen müsst. Das könnt ihr uns ja dann auch wieder schreiben. Wir würden uns freuen, wenn wir mal wieder was von euch hören. Let's go! Was sitzt auf dem Baum und ruft, aha, ein Uhu mit Sprachfehler? Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Taste Enter-Taste. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Zwei Mal so. So liebe Ranger, es gibt jetzt halt keinen Gewinner, weil Marina und ich, wir haben immer gleich gespuckt. Und wie ihr sehen könnt. Also es war echt witzig. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie mir. Wie gesagt, gebt uns einfach Rückmeldung. Und jetzt noch die Frage. Marina, bist du bereit? Alle Zeit bereit für Jesus! Wuhuuuu! Jo МУЗЫКА Jo Cohen. Vielen Dank.